Viele Menschen gehen auf Distanz, wenn sie sich in einer Beziehung unwohl fühlen. Vor allem in einer Gottesbeziehung kann das zu Hindernissen im Glauben führen. Diese Ansicht vertritt Psychotherapeut Jörg Berger. In seinem Buch »Stachliger Glaube« möchte er Auswege zeigen. Dabei geht er auf sehr einfühlsame Weise den unterschiedlichen Stacheln auf den Grund, die uns daran hindern, Gottes wirkliche Nähe zu erfahren. Legen jetzt auch Sie Ihre Stacheln ab, um zu einem geerdeten, gefühlvollen und belastbaren Glaubensleben zu finden. »Stachliger Glaube« – das Buch. Jetzt erhältlich in Ihrer Alphabuchhandlung.